In § 13 des Berufsbildungsgesetzes ist geregelt, wie du dich als Azubi zu verhalten hast. Das Wichtigste ist, dass du dich als Azubi bemühen musst, alle Kenntnisse und Fähigkeiten zu erlernen, die du brauchst, um die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Das so gehört, dass du die Aufgaben, die dir aufgetragen werden, sorgfältig ausführst. Du musst zur Berufsschule gehen. Du musst den Anweisungen folgen, die dir im Rahmen der Berufsausbildung von deinen Ausbildern, Ausbilderinnen oder anderen weisungsberechtigten Personen gegeben werden. Du musst die geltende Ordnung der Ausbildungsstätte beachten. Wehrzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Du darfst Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht an andere weitererzählen. Du musst einen schriftlichen Ausbildungsnachweis, sprich ein Berichtsheft führen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.